Musik Die Strecke beträgt 610 Kilometer, also ist die geschätzte Flugdauer zigkei 8 Stunden. Moin! Die Klappensicherungen werden re-arritiert. Nun werden die Rollladen runtergelassen und somit der Auflass vorbereitet. Die Spannung steigt. Nun, kurz vor dem Auflass, wird die Boxensicherung entriegelt und es geht bald los. Der Auflass wurde von den Flugleitern auf 6 Uhr festgelegt. Musik 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 Die Tauben sind hoch und weg, ab ins westliche Münsterland. Wir bedanken uns recht herzlich bei den Fahrern und auch bei den Flugleitern. Bernd Bülten, Norbert Kernebeck, Paul Rüveling und der emeritierte Flugleiter Paul Tellor. Wir wünschen allen Züchtern einen guten Flug. Wir hoffen auf einen guten Flugverlauf und dass wir die Sektkorten heute Abend hinein können.